Ist das geil, das ist eine Latrodectus Hasseltie, die mit einer Fliegenmale kämpft. Ist das geil, wie die abgeht, da geht ihnen das Herzchen auf. So, nochmal zwei gesellt sich dazu. Wahrscheinlich will sie was von den Happen abhaben, weil ansonsten habe ich jetzt noch Drosus drin. So, da ist noch eine, die trauen sich jetzt noch nicht so richtig, aber wow, ja. Ja, da sind drei an einer Raupe, äh Quatschmale. Ist echt Wahnsinn, wissen, wie die Viecher abgehen können. So, halt jetzt noch. Ja, die sind schon sehr aktiv, wenn es gut er gibt. So. Ja, die sind schon sehr aktiv, wenn es gut er gibt. So. Hier drüben ist noch eine. Die ist auch noch ein bisschen kleiner. Und da sieht man, die kämpft ganz alleine mit einer riesen Marde. Ey, das ist echt Wahnsinn, wie die abgehen. Und das ist die Australian Redback, die Rotrückenspinne aus Australien. Ja, die Viecher haben schon Power, die haben Ehrgeiz. Zum Glück gehören wir nicht zum Beutespektrum. Zum Glück greifen die uns nicht an. Die sind relativ beißfaul. Aber es ist echt Wahnsinn, wie die kleinen Mistviecher abgehen. Und wie stabil die Leimfäden sind. Haben mehr. Wow. Super cool. Super cool.